Für seine Scheißfilme, die er gedreht hat? Pornos? Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, wie viele Nachrichten und Kommentare musst du dich lesen? Hast du deine Rolex wiedergefunden? Wo ist deine Rolex? Schon deine Rolex gefunden? Nein, sie ist leider verloren gegangen. Das ist leider passiert. Macht aber nichts. Kaufen wir uns einfach eine neue. Ist ja kein Problem. Einfach mal die Videos von Anfang bis Ende schauen. Von Anfang bis Ende. Anfang Ende. In den letzten drei Sekunden habe ich das Geheimnis gelüftet. Ich war einfach dumm und habe die Rolex verloren. Haa, sie war in meiner Tasche. Kann passieren. Ich bin ja prinzipiell bekannt als jemand, der gut auf seine Ach... Der gut auf seine Sachen achtet. Aber Leute, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Punkt Nummer 1. Folgt mir wie... Folgt... Was ist mit meiner Stimme los? Folgt... Folgt mir auf Instagram. Max, ob ich mich halte. Schaut auf alle Filme vorbei. Da gibt es jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Stories, Alter. Leute, was haben wir heute vor? Es gibt so viel zu klären, was unsere letzte Thematik betroffen hat. Wer das Video, das letzte Video noch nicht gesehen hat, da reagiere ich ja auf diesen 10.000 Euro Elfenbeinschlüssel von dem Milliarden Mike. Bin nicht sonderlich begeistert, dass hier Nashörner und Elefanten sterben müssen, nur dafür, dass man einen neißen Schlüsselanhänger hat, beziehungsweise eine Verlängerung seines eigenen Genitals. Wurde aber missverstanden. Einige glauben, ich reg mich über die Preise so auf. Ich bin selbst kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um teure Gegenstände geht. Heute geht's nicht. Heute habe ich einen Schlaganfall noch. Im Laufe dieses Videos habe ich fix noch... Im Laufe dieses Videos habe ich fix noch einen Schlaganfall. Nein, wird natürlich nicht passieren. Liebe Leute, was haben wir heute vor? Warum ich gesagt habe, es ist noch zu... Geht nicht. Warum ich gesagt habe, es ist heute noch so viel zu klären? Der Milliarden Mike hat ja nicht nur ein neues Video, auf das wir heute reacten werden, der 329.000 Euro Kleiderschrank vom Milliarden Mike, sondern er ist in der Zwischenzeit inhaftiert worden. Den haben sie einfach weggesperrt. Dazu werden wir auch noch eine Geschichte machen, aber das würde ich heute vollkommen in den Rahmen sprechen. Dementsprechend bleiben wir heute aktuell und reagieren direkt auf das heute hochgeladene Video und somit von euch morgen, meine Zeit heute, eure Zeit morgen. Also wir reagieren jetzt, jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin so ein unfassbarer Ehrenmann und habe mir das Video natürlich noch nicht angesehen. Jetzt steht da, dass ich es schon gesehen habe. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Könnt ihr mir glauben oder nicht. Egal, wir schauen da jetzt einfach rein. Los geht's. Werbung. Ich suche 100 Testteilnehmer für mein... Ich glaube, das ist der kleine Bruder vom Milliarden Mike, der versucht jetzt auch auf ominöse Art und Weise sein Business zu starten. Und was den Ton angeht, Leute, zu faul. Zu faul, um hier die Original-Audio-Datei reinzuspielen und jedes einzelne Mal richtig zu schnipseln. Zu faul. Lasst mir ein Like da. Wir sind hier gerade bei jemandem zu Hause und werden gleich mal seinen Kleiderschrank anschauen. Viele von euch wissen... Okay, das Erste, was ich hier schon auf den ersten Blick erkennen kann, ist, wir sitzen hier auf keiner normalen Couch. Ich weiß nicht, ob nur die Pölster Versace sind. Die Couch schaut auch so ähnlich aus. Was viele von euch nicht wissen, die ganzen Luxusmarken, die sind natürlich auch im Interieur tätig und bringen ja Dinge raus, die Preise haben, die jenseits von gut und böse sind. Also da kann so ein Pölster schon mal 1.000, 2.000 Euro kosten. Um welche Person es sich handelt, und zwar um... Wie er schon da sitzt. Und zwar handelt es sich... Um... Wie er schon da sitzt. Safe ist alles klar mit ihm. Du, für mich wäre es auch nicht schlimm, wenn ich wüsste, dass ich in ein, zwei Tagen eingebuchtet wäre. Bei dem ist alles im Grünen. Ich habe die Frage gestellt, ob wir mal zu dir nach Hause gehen sollten. Und ich habe viele Nachrichten bekommen. Wir würden alle gerne mal so ein bisschen deinen Kleiderschrank sehen, ob du mal ein paar Klamotten zeigen könntest. Und ja, Mike hat auf jeden Fall zugesagt. Ich habe ihn gefragt. Er ist auf jeden Fall ganz korrekt und offen gewesen. Er meinte, ja, Leon, komm doch vorbei. Kannst du gerne alles zeigen. Und ja, ich sehe schon hier im Wohnzimmer direkt schon auch Versace Kissen. Das erste Kissen, wo Leon drauf gesessen... Das erste Kissen, wo Leon drauf gesessen ist, ist in der Tür. Kannst du dich jetzt zusammenreißen? Das erste Kissen, auf dem Lion gesessen ist, ist natürlich schon komplett zerknittert und hat einen Wertverlust von 500 Euro erfahren. Ja, da habe ich es gesagt. Versace, auch das Möbel, ja. Ist Geschmackssache, aber mich spricht es jetzt nicht an und ich finde auch nicht, dass das irgendwie anders aussieht, als wie von einem herkömmlichen Möbelhaus. Was ist denn heute los? Ein herkömmliches Möbelhaus. Echt jetzt? Ja, natürlich. Was kostet denn so eine Couch mit Versace? Ich denke damals, das ist auch eine Anfertigung gewesen. Eine Anfertigung? Okay, ja, wenn es eine Anfertigung ist, ist es bestimmt teurer. Ich glaube 35.000 Euro. Doppelst du noch? Und die Kissen? Die kosten nicht viel. 500 oder 1 oder 6 Euro. Okay, also wie man merkt, ich kenne mich gar nicht aus. Ach so, pro Kissen 600 Euro. Okay, und das ist nochmal irgendwie... Das ist Ness, das ist auch eine Anfertigung. Die, glaube ich, ich habe damals Mente gekauft, die keiner mehr haben wollte. Ich habe sie reinigen lassen, und dann eine Decke rausmachen lassen. Ach so. Ja, aber sicherlich irgendwann ein Vermögen gekostet. Mir kostet 5.000. 5.000? Ja. Okay, okay, Spaß. Wir wollen jetzt nicht so tief in die Möbel reingehen oder in die Ausstattung. Wir wollen nicht so tief in die Möbel reingehen. Auf deinen Kleiderschrank. Und wo hast du denn deinen Kleiderschrank? Wo? Wo? Hast du da alle Sachen oder? Nur ein Teil. Nur ein Teil. Okay, und Schmuck hast du da auch, oder? Nicht viel. Nur ein paar Teile. Nur ein paar Teile. Aber ich bin gut abgesichert, falls die Einbrecher das sehen. Bei mir ist vorab noch alles Kamerabwehr, weil wir hat Alarm, Bewegungsmelder, alles was dazu gehört. Das hätte ich mir auch vorher überlegen sollen, bevor sie bei mir eingebrochen sind. Also hier hat man gar keine Chance. Keine Chance. Wenn einer reinkommt, kommt er auch wieder raus. Echt? Wie regelt das dann alles ab? Es regelt alles ab. Es regelt alles ab. Ich brauche eigentlich gar nicht reden heute. Wir filmen auf jeden Fall nur von drinnen, Leute, damit man nicht sehen kann, wo du genau wohnst. Das weiß so echt, Leute. Und wenn dir morgen ein paar Sachen fehlen, dann weiß Mike auch da im Direktes. Okay, Mike, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch zu deinem Kleiderstand. Also was ich mich ja die ganze Zeit frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lion einfach auf der Straße rumgeht, zufällig einen Typen trifft, der Milliarden Mike heißt. Und die sind so gut im Gespräch miteinander, dass er auch noch nach Hause eingeladen wird. Ich glaube eher, dass das eine Publicity-Geschichte ist, genauso wie das vermutlich auch bei UFO war, der sein neues Album bewerben wollte und deswegen auf einen YouTuber zurückgegriffen hat, der sein Outfit filmt. Und ich glaube, auch hier war das so. Er will ja sein Buch bewerben. Ich habe alle abgezockt. Und ich glaube, für die Geschichte macht das ein bisschen die Werbetrommel. Und da ist ihm natürlich jedes Mittel recht. Wie wir es gewohnt sind von Milliarden Mike. Und da schnappt er sich einen YouTuber. Lion ist ja der Größte im Fashion-Game. Ah, ist Lion ein richtiger Fashion-Youtuber? Wie auch immer. Und das macht er natürlich klug, um sein Buch natürlich hier zu bewerben und noch ein bisschen mehr Wirbel um seine Person zu machen. Und für Lion mega praktisch. Der hat super Videocontent. Was du so hast, Anna? Alles klar, Mario. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier oben und das sieht auf jeden Fall alles schon heftig aus, Leute. Ich zeige euch das gleich noch ein bisschen weiter. Mike, wo ist denn der Kleiderschrank? Der ist hier aus ziemlich dunkler Parallelan. Zeig mal kurz. Das ist ein bisschen enger, ne? Das ist eng zu enger. Okay, dann würde ich sagen, seine tollsten Sachen mal raus und dann gucken wir mal, was du so hast. Was haben wir hier? Wie jetzt? Der nimmt jetzt einzeln jeder Stück raus und wir schauen uns das im Gang an, oder was? Boah. Auf wieder mit Schleim im Besitz. M&M Milliarden Mike. Überall ist eine Strecks Initialen drin. M&M Milliarden Mike. Ich reg mich einfach auf über Schlangenleder. Leute, Leder, selbst Rindleder zum Beispiel, ist ein Abfallprodukt. Okay. Aber Schlangenleder, diese Schlangen werden extra getötet. Genauso wie bei Nerzen und Pelzmänteln. Diese Tiere werden extra nur dafür getötet, dass man sich die nett anziehen kann. M&M Milliarden Mike. Nur die Oberschlange? Nicht einschalten. Ja, nicht mein Geschmack sieht Milliarden Mike ist natürlich nicht am neuesten Stand der Mode. Das muss einem natürlich klar sein. Das ist keine Fashion-Ikone, sondern das ist jemand, der viel Geld hat und viel Geld für Klamotten ausgibt, die dann im Endeffekt so hingewixt aussehen wie diese Hausmeister-Lederjacke. Also, muss man auch dazu sagen. Gut, wir haben diese Jacke. Über die quatscht er jetzt ewig. 40.000 hat er, glaube ich, gesagt. Schauen wir mal, was er da jetzt als nächstes aus seinem Kammerl herauszieht und da im Gang präsentiert. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch alles kommt, Leute. Ja, ich auch. Jetzt kommt eins das teuerste von Zilli. Das teuerste? Also, das ist besagter Mantel, den wir auch im letzten Video schon angekündigt hatten. Der kostet 60.000 Euro von Zilli und schaut genauso Hausmeister-mäßig aus wie das Ding zuvor. Das ist teuerste. Komplett aus Schlange. Schlange, ja. Aber wie gesagt, das ist Zilli. Das Zilli ist das teuerste, was es gibt. Der kostet knapp 45.000 Euro, der Mantel. Okay, 45.000 Euro. Er hatte einen 60.000 Mantel angekündigt, vielleicht kommt er noch. Aber wenn er sagt, das ist das teuerste, da noch. 40.000 Euro. Kann man hier noch einmal hier sehen. Ja, und mega hässlich. Also schreibt mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Mir gefällt es gar nicht. So, Leute, ich zeige euch das noch von dem. Ja, Mann, Mensch. Okay, jetzt kriegt er nicht einmal seine Ziegenknöpfe auf oder so. Nein. Oh ja, hier komplett Zilli. All overprinted von innen. Hier drin hat man auch nochmal so ein bisschen. Schaut auch sehr altbacken aus. Also wirklich so, als hätte er dieses Ding schon seit 20, 30 Jahren in seinem Abstellkammerl hängen. Natürlich wieder bestickt mit Milliarden, Mike. Mir kommt das kalte Kotzen. Und auch richtig hässlich reingestickt das Ganze. Also wirklich qualitätslos eigentlich. Wenn das Ding so teuer ist, dann hätte man den Stick auch noch hochwertiger machen können. Und bist du da zackern? Ja, ja, schlecht. Schlecht gemacht. So, als hätte er sich das selber mit der Nähmaschine reingestickt. Und da ist schon gerissen. Der super tolle Mantel um 45.000 Euro. Qualitätsware von Zilli. Na sicher. Komplett aus dem Herzen. Was halten wir dafür? Der kostet keinen Kopf, sag ich. 50.000 Euro. 50.000 Euro für den Mantel, der sich schon auflöst. 50.000 Euro für diesen Mantel. Für diesen Mantel, ja. Hast du den oft an? Nur im Winter. Nur im Winter. Nur im Winter, oder? Ich würde ihn ganz sehen im Sommer mit Tanktop, mit diesem Nerzmantel. Dass es wirklich kalt ist, ne? Ja. Und da steht hinten auch noch drauf. Das heißt, wenn der jetzt so geht mit seinem Nerzmantel, steht da hinten fett Milliarden Mike rum. Das ist so, als würde ich den ganzen Tag mit meinem eigenen Merch herumlaufen. Egal wo ich hingehe, ich habe immer meinen eigenen Merch an, weil ich mich selber so unfassbar feiere. Genauso peinlich wäre das. Und wer hat das Mantel her? Ja, anfertigen lassen. Anfertigen? Das ist auch ein sehr, sehr tolles Stück. Die Marke ist der Hamburg auch vertreten. Les Marons. Kann man das lesen? Les Marons noch nie gehört. Noch nie gehört, aber wie gesagt, ich bin kein Profi in dieser Sparte. Auch nicht mein Fall. Also, wie ich es mir schon gedacht habe, da ist nichts, noch nichts, noch nichts dabei, was meinem Stil entsprechen würde. Les Marons. Der kostet 16.000. 16.000. Auch mit Kroko besetzt. Ja. Krokodilleder, natürlich. Da schlacht man wieder die Krokos ab, damit wir sie so fliesenartig hier aufkleben können. Ekelhaft. Hier oben auch wieder. Oben natürlich wieder. Sein Logo, Milliarden Mike. Ja, Milliarden Mike, ne? Und die ganzen Sachen hier. Mensch, das kriegst du ja nur Mantel, oder? Nicht nur, auch Jacken viele. Auch viele Jacken auch. Er hat nur Mäntel. Du hast relativ viele Mäntel, oder? Nein, 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 Jacken habe ich auch. Ah, okay. Okay, was sollen jetzt erstmal die Mäntel? Gibt es noch mehr Mäntel? Ja, natürlich. Das ist doch Kassel. Okay, langweilig. Jetzt kommt irgendein Anzugsverschnitt. Blödsinn. Okay, das könnte vielleicht interessant werden. 6.000. Jetzt haben wir mal... Der Stoff, also vom Innenlogos ein bisschen Philipp Plein mäßig. Philipp Plein. Ah. Die von 6.000. 6.000 Euro. Jetzt haben wir mal eine Nummer. Ja, also genau das ist natürlich sein Style. Wäre Roberto Gazzini ein bisschen teurer, würde er genau das tragen. Alle, die hat er gesteppt, ne? Okay. So wie da sich... Was ist das? Und natürlich, in jedem Scheißdreckding hat er seinen Namen eingestickt. Mich würde es nicht wundern, wenn er auf seinem Klopapier Milliarden Mike stehen hat, sodass er sich jedes Mal seine eigene Scheiße in seinen Drecksnamen schmiert. Sorry, ich muss dazu sagen, ich übertreibe natürlich ein bisschen, ja, Reaction. Hallihallo, Entertainment, willkommen im Club. Aber es kackt mich schon an. Es regt mich schon auf, wenn hier solche Dinge gekauft werden, die auch noch Kacke aussehen. Okay, Milliarden Mike hatte vermutlich auch einen Schlaganfall. Das dauert jetzt die nächsten 12 Minuten, bis der wieder rauskommt. Da ist er wieder. Oh, die Uhr. Ja, Freunde, lasst uns zu etwas Spannenderem... Lasst uns zu etwas Spannenderem kommen, kommen wir zu den Uhren. Wir haben hier schon, wie wir es gehört haben, eine Hublot. Mit Diamanten besetzt, Iced Out. Das sieht man am ersten Blick, dass das eine AP ist. Das ist einfach genau das Gleiche, wie die Uhr, die er davor schon getragen hat. Aber ich habe kurz davor natürlich Hublot vernommen. Ja, peinlich von mir. Voll besetzt mit Grie. Also die gleiche, die er in Silber hat. Gold finde ich kacke. In Glasboden hätten. Ah ja. Zeig mal ein bisschen in die Kamera, oder? Also zack. Ja, aber die schaut schon nice aus, gell? Würde mich interessieren, was die kostet. Seine Silbernen kostet die auch 170.000. Gold ist meistens etwas teurer. Wir schauen jetzt gleich, die wird noch umgedreht mit Glasboden. Sieht man es gut? Oder mal PK. Voll mit Brillanten. Was kostet die? Die kostet 168. Also 2.000 Euro billiger als die Silbernein. 168.000 Euro. Wahnsinn. Die ist teuer. Die ist Platin. Ah, Platin. Wow, die ist schon geil, gell? Also die ist Bombe. Hast du die auch noch in Komplettgold, ne? Ne, habe ich gerade verkauft. Ach so, okay. Das ist meine Arbeit, wo ich die trage, wenn ich in die Urlaub bin. Die kostet, glaube ich, 14.000 Euro. Ja, das ist eine Deepsea. Das sieht man gleich daran, dass sie so dick ist. Mit der kannst du, glaube ich, bis 200 oder 300 Meter runtertauchen, ohne das, was passiert. Deswegen ist die so fett. Oh, die ist aber schwer. Die ist eine Tipsy. Eine Rolex Tipsy. Die kostet 16.000 Euro. Die fällt mir persönlich überhaupt nicht. Also, ja, Geschmackssache. Also die trägst du im Urlaub? Ja, voll perfekt. Weil da so viel tauchen geht. Wenn du schon Sport gehst, kannst du das so sagen. Ach so. Okay, ja, ja. Wer kennt es nicht vom Sport? Eine Rolex-Rome. So, Leute, wir gehst du noch runter. Mein Kandau noch ein paar Sachen. Das Haus selber finde ich jetzt nicht einem Milliardär entsprechend. Was meinst du hier dazu? Also, allein jetzt schon diese Holzreling hier runter schaut aus wie in einem ganz normalen Einfamilienhaus. Don't know. Also nicht Milliardärs-like. Auch, dass er seinen Schrank gar nicht herzeigt, finde ich etwas strange. Guck mal, was ist das denn hier? Ein Stern? Ja, ich glaube... Der deinen Namen trägt, Milliarden Mike zerlegt, die Schlangen heute Nacht... Für meine scheiß Filme, die ich gedreht. Ach so, für die Filme. Ja, ja. Für seine scheiß Filme, die er gedreht hat, Pornos, hat nicht mal die, diese, zack die Bohne. Wie heißt die schnell? Ja, wie heißt die schnell? Egal, irgendwas mit G. Hatte nicht mal er einen Porno mit ihr oder war das ein anderer Millionär oder Milliardär? Ja, schreibt mir das in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Ach so, für die Filme. Ja, ja. Ah ja, okay. So, hier haben wir jetzt noch eine... Genauso hässlich wie alles andere. Einfach nur hässlich. Wer zieht sowas an? Äh, Schlamm-Neder-Jange. Kostenpunkt 20.000. Welche Marke? Zilli? Ja, alles nur Zilli. Alles Zilli. Was hat man dafür? 25.000. Die Kostenfirma 40. 45.000. Ich bin gespannt. 55.000. Was soll ich jetzt machen? Kein Stress an der Werbung. Nein, weil es noch ein Netzkrank drauf hat. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Das ist noch zu viel. Soll es da hinten auch weseratisch sein? Naja. Äh, okay. Okay, Leute. Das war auf jeden Fall der Kleiderschrank von Mai. Wir haben jetzt... Wir haben wie viel Prozent? Ja, perfekt. Äh, was haben wir? Wir zeigen vielleicht 2-3 Prozent von deinen Sachen. Ja, okay. Also genau so war es bei Hunder auch. Da haben wir nur einen Teil des Schreiterklangs gesehen. Das gibt es nicht. Thomas! Liebe Freunde! Schreibt mir bitte zuerst eure Meinung dazu. Dann lasst mir einen Like da. Oder umgekehrt. Abonniert die Glocke. Folgt mir auf Instagram. Seid überall am Start, liebe Leute. Das war es von dieser Reaction. Aber ich glaube nicht, dass das von Milliarden Mike war. Ich glaube, hier wird noch einiges kommen. Wenn er hinter seiner neuen Einrichtung, den schwedischen Gardinen, wieder mal hervorlunzt, dann werden wir sicher noch einiges von Milliarden Mike zu Gesicht bekommen. Liebe Leute, ich verlinke jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Freut mich, wenn ihr lachen müsst.